In der letzten Episode, wir haben Nebel da hinten. Der ist übrigens sehr dicht. Ich habe das Gefühl, der wird gerade dichter. Ja, der wird dichter. Und hier vorne, mal abgesehen davon, dass es kalt ist, man sieht aber den Schatten von... Also hier vorne ist anscheinend kein Nebel, der ist nur da hinten. Übrigens können wir jetzt gerade wieder reingehen. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus. Wir sind in der Folge 75 und sind in Jeremias Hütte, weil... Ja, wir haben kurz gepennt. Draußen tobt ein Schneesturm. Also nicht wirklich ein Schneesturm, aber es war sehr windig, als wir hier rein sind. Genau, das kann man nicht alles da lassen. Kleidung ist noch ein bisschen nass. Und da vorne den Hirsch sind wir am Hohlen gewesen, haben sein Ton. Warte mal, das ist doch auch Metallschrott. Leider nehmen wir das doch auch mit. Sehr schön. Da haben wir schon mal zwei mehr. Nee, Holzkohleleck nicht. Ja, den Stuhl kann man nicht auseinandernehmen. Das ist ein ganz eigener. Oh, das gibt eine Müffellinie. Ah, das ist natürlich ungünstig. Mist. Okay, Sekunde, dann bleibt das hier. Ich schmeiße es aufeinander, weil es eh dieselben Prozent hat. Dann gehen wir mal raus. Ja, es ist immer noch so ein... Es ist kein Blizzard, es ist einfach nur so ein schneller Schnee. Sehr ungemütlich. Nichtsdestotrotz. Hi, Hase. Dann krabbeln wir einfach ein bisschen außerhalb ein paar Sachen zusammen. Damit wir dann mal... Oh ja. Oh. Ich kann den Windschatten... Wo ist denn der Windschatten? Da. Wahrscheinlich komme ich da nicht ran, ohne den Windschatten zu verlassen. Richtig. Komm. Hallo. Doch. Gerade so. Es reicht, wenn ein Teil des Körpers im Windschatten ist. Ist ja witzig. So, der kommt genau von da. Komm. Na komm, du kriegst es doch. Du hast doch leider Arme. Ja, es ist wirklich arschkalt. Alter Schwede. Was ist ein ungemütliches Wetter. Das ist ja Windschatten. Genau. Zack. Okay. Ja, es bleibt weiterhin sehr windig. Ja, ja, irgendwie. Wir wärmen uns auch irgendwie auf. Keine Sorge. So, dann krassen wir halt das ab. Ja, was ist denn los? Bleibt es einfach stehen. Ja, und durstig bist du auch noch. Naja. Ja, dann gehen wir nochmal kurz in die Höhne. nach Polen schauen. Vielleicht sind ja jetzt welche da. Ach, Gott. Ja. Deswegen legen wir uns jetzt mal... Ne, wir legen uns nicht, aber wir gehen in die Höhne. Sehr schön. Gut, dann wird es ja gleich ein bisschen wärmer. Ja, also dieses... Ach. Es nervt halt schon. Diese Pseudo-Ausatmerei. Furchtbar. Naja. Das ist geheilt. Ja, es scheint noch keine Kohle nachzuspornen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Weil ich meine, wir waren drin, glaube ich, als wir den... den Herrsch da abgelegt hatten. Da waren wir den Tag davor drin. Und das sind jetzt ja auch schon wieder... fünf Tage her oder so. Und trotzdem nix. Naja. Kann natürlich auch sein, dass das eher zufällig gesteuert ist. Ja, teilweise sieht man überhaupt nicht, wo man hinläuft. Mann, Mann, Mann. Achso, ne. Hier lang. Hä? Ne. Da lang, ja. Na gut. Sehr warm ist es jetzt nicht geworden. Wir trinken nachher nochmal was, bevor wir rausgehen. Man kann ja auch noch eine Sekunde drin warten. Das ist ja nicht das Problem. So. Dann warten wir kurz, bis wir wieder warm sind oder so. Gut. Ah, das Wetter hat sich beruhigt. Das ist super. Und es sind neue Stöcke hier aufgetaucht, habe ich den Eindruck. Oder waren die schon da? Kein Bär zu sehen. Temperatur ist allerdings nicht sehr warm. Das wird wahrscheinlich heute auch nix mehr. Nö. Nö. Sieht nur so aus. Ne, Wolf ist leider auch nicht zu sehen. Hi, Hase. Ja, ich komme hier nicht durch. Ich bin so ein Idiot. Jetzt fängt es wieder an zu schneiden. Ist ja schön. Ach, wo stehen wir denn? Nö, das sind gerade zwei Prozent. Das dauert halt noch einen Tag. Ich will aber nicht noch einen Tag hier bleiben. Sollen wir dann die Stinkelinie mitnehmen, die eine? Sollen wir das akzeptieren? Oder kommen wir lieber nochmal her? Ja, wahrscheinlich ist herkommen das Bessere. Ich hätte es aber gern schon dort, weil wir jetzt schon einen Tag, ich sag mal in Anführungsstrichen, verschwendet haben. Ja, wir nehmen es mit. Und wenn wir einen Wolf ziehen, in der Zeit, dann... Ja. Ich weiß, dass es cleverer wäre, ohne Stinkelinie unterwegs zu sein und zu warten. Und wahrscheinlich habt ihr da auch recht. Aber wir brauchen eh noch einen Wolf. So. Das ist so ein Selbstmörderfelsen. Das ist übrigens ein großer Strauch da oben. Ja, 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 ja. Der Hirsch und die Hasen. Sollen wir dann mal lieber da lang gehen? Meine Bär wird ja jetzt nicht gerade sofort auftauchen, hoffe ich mal. Nicht wie an dem Teich. An dem nicht benannten. Na ja, immer schön die Stelle im Auge behalten. Man hört es aber auch nicht. So, wie viele Stöcke haben wir eigentlich dabei? Zwölf. Sehr schön. Haben wir schon mal zwei Stunden. Ja, ja, das sieht nach einem Blizzard aus. Mhm. Es wird bläulich. Ganz leicht. Nur so eine Nuance. Oh oh. Das ist aber nicht gut. Mhm. Ja, das wird gleich noch schlimmer, meine Gute. Ja, 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 ja. Na ja, gut. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz durch. Das wird jetzt ein ziemlich heftiger Hit. Wir stehen bei 69%. Dass es dann auch so schnell geht. Du hast doch keine Möglichkeit zu sagen, okay, oh, da kommt man zum Blizzard. Dann sollte man lieber jetzt mal einen Ort suchen. Rückzugsort. Ne, der ist dann da. Zack. Ja, ich hoffe, hier ist nur das Holz tot. Ja, ich hoffe, hier bist du. Ich hoffe, hier ist nur das Holz. Ja, das muss sein. Ja, das muss sein. Ja, ja, sehr schön. Ja, gut, ich sag mal so, dann war der Blizzard dann doch von Vorteil, natürlich nicht für die Prozente. Wir gucken auch gleich, wie viel das gekostet hat letzten Endes. Neun Prozent, okay. Das geht noch, das ist jetzt nicht zu dramatisch. Aber wir haben den Hirsch dabei, das ist geil. So. Dann kann er nämlich weiter trocknen. Naja, das braucht alles noch, aber das ist okay. Gut, sehr schön. Dann verstauen wir den Rest mal wieder hier drin. Äh, ne, das müssen wir verbasteln. Das ist aus dem, ich wäre hier eh falsch. Haben wir da noch was davon? Nö, haben wir nicht. Dann tue ich erstmal zwei da rein. Und drei verbasteln wir. Gut, was sagt euch die Kleidung? Ah, das ist alles in Ordnung. Das passt. Sehr schön. Dann haben wir nämlich jetzt die Rehe hier drin. Das heißt, sobald das fertig ist, basteln wir los. Wir haben auch genügend Nähe-Sets. Das ist super. Äh, das dauert aber einen Tag. Also das ist morgen erst fertig. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Erstmal drinnen und dann, äh, wir drinnen fertig sind. Dann gehen wir halt raus. Und gucken, was wir hier so tolles haben, wo wir uns die Zeit vertreiben können. Brauchen wir eigentlich den Tisch. Warte mal, die Metalllampe. Ja, warum eigentlich nicht? Sehr schön. Es gibt ja eh keinen Strom. Ach, da hängt auch noch eine Pfanne. Hervorragend. Ja, abnehmen kann man es aber nicht. Okay, das Ding kann man auch nicht. Den Ofen kann man nicht auseinandernehmen. Mit nur so einer Säge, ja. Okay. So, und die Schüssel? Nö, das ist ein Regal. Das ist keine Schüssel. Die Lampe? Nö. Keine Stromkabel. Die Dose. Was habe ich mit der Lampe? Die geht auch nicht. Okay. Hm. Sonst sehe ich ja hier nichts, was so metallisch sein könnte. Gut, dann können wir mal gucken, ob wir die Säge mal aufmöbeln. Warte mal, was sagt die Temperatur? Wir sind noch nicht voll dabei. Immer noch nicht. Krass. Okay, reparieren. Einmal bitte. Sehr schön. Dann machen wir noch einmal. Komm. Sehr schön. Das passt. Dann war das jetzt die beiden jetzt halt, um die Säge aufzumöbeln. Aber, also man kriegt pro Reparaturaktion, ähm, 25%. Und 5% geht ja pro Sägerei drauf. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nur 1 gewinnst, hast du immerhin noch einen Bonus von 20%. Das ist okay. So. Das waren die Bücher. Genau. Die haben alle schon gelernt. Da war noch ein bisschen Getränk. Aber nichts in der Richtung. Das Fleisch tragen übrigens immer noch mit uns rum. Ähm. Ja, komm. Wir müssen eh mal raus. So, dann schmeißen wir erst mal das Komplette wieder dahin. Das da. Das Angeknabberte, meine Güte. Das lege ich jetzt erstmal hier hin. So, reparieren. Ja, ja. Und hinein. Temperatur geht rauf. Sehr schön. So, leider haben wir nichts zu tun. Außer warten. Wir schlagen ein bisschen die Zeit tot. Boah, die sind schon auf 48% runter. Mann, das geht echt schnell. Also mal, kochen sie mal erst auf Level 2. Kann das sein? Ne, 3. Dann können wir ja eigentlich den Dosenöffner auch ins Nirvana schicken. Sehr schön. Wie schwer ist das? 200 oder 300 Gramm gewonnen. Das ist doch mal gut. Den Rest müssen wir natürlich behalten. Hm. Ja, da kann man halt nicht viel machen. Ja, auch die Handschuhe. Das ist tatsächlich noch ein Riesenproblem. Ähm, wir werden die Stiefel zerupfen. Diese Kampfstiefel. Da gewinnt man ja, glaube ich... Äh... Nur ein Liter. Oh, das ist natürlich übel. Aber hoffentlich klappt das da. Dass wir damit unsere Handschuhe reparieren können. Dann können wir die zumindest ein bisschen zeitlich noch retten. Sofern uns kein Wolf angreift. So, was machen wir jetzt mit dem schönen Tag hier? Na, schöner Mist. Wir haben nichts zu tun. Tja, dann würde ich sagen, dann warten wir mal ein, zwei Stunden. Vielleicht mal eine Stunde. Ja. Uiuiui. Dieser Blizzard. Mann, Mann, Mann. Okay, er ist fertig. Sehr schön. Es ist allerdings arschkalt. Alter Schwede. Ja, und wir bräuchten eigentlich mal wieder Holz. Dann gucken wir, ob Neues irgendwo hier gespawnt ist. Hier nicht. Weil die Sache ja dann doch, die ist, wir brauchen halt Holz. Ja. Das ist ganz einfach. Mhm. Sicher ist sicher. Sicher. Okay. Was wir da noch im Windschatten. Ja. Stunde 30, 58. Naja, gut. Sehr schön. Da mal Holz. Die Krähen sind wieder zurück. Sehr schön. Sehr schön gelb. Alter Schwede. Ja, ich sammle halt jetzt Holz schon, weil wir irgendwann auch wieder kochen müssen. Damit wir dann halt genügend davon haben. Ich schlag das hier einfach mal in die Ecke. So. Ja, die Stöcke. Naja, gut. Ich schmeiß sie mal runter. Vorne haben wir auch welche liegen, aber davon kann man nicht genug haben. So, dann gucken wir mal, ob schon neue Federn da sind. Wie ist es mit dir? 96%. Ja, das geht halt. Ein paar Stunden und ich weiß nicht, ob es 1% pro Stunde ist oder ob es 20% pro Tag. Keine Federn. Okay. Ja, der Tag endet halt bald. Also viel sollte man eh heute nicht mehr machen. Außerdem müssen wir temperaturmäßig komplett runter. Ist auch nicht so gut. So, dann schnappt ihr mal das und ein neues. So. Kann man nicht, die Stöcke kann man nicht nehmen, wenn man drin ist. Na gut. Dann halt nicht. So, was ist denn eigentlich die Temperatur? Oh, 9 Grad. Das ist ja gut. So, und davon die Hälfte. Gut. Dann schlafen wir mal ein paar Stunden. Schlafen. Jetzt müssen wir gleich 4 machen. Das wäre schon besser. Ich meine, der letzte... Wunderschön. Der letzte Blizzard ist ja gerade erst durch. 18. Boah. 18 Blizzard. Wie viel... Warte mal. Sekunde, 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 Sekunde. Was? Wie viel Kalorien haben wir? 1300. Weil der anderen Sandbox haben wir nur 1000 pro Tag. Da sind wir noch nicht sehr konservativ unterwegs. Temperatur 5 Grad. Temperatur 5 Grad. Das hält man ja nochmal weiter aus. Sehr schön. Okay. Ach. Ich wollte schlafen. So. Das reicht. Geht für genau 4 Stunden. Na, ob wir das schaffen. Ah ja, der Nebel hat aufgehört. Jetzt schneit es wieder. Hm. Natürlich. Was auch sonst. Ach so. Wir können ja eh nicht pennen. So, Sekunde. Oh, die Nacht geht noch 3 Stunden? Ernsthaft? Na ja, gut. Ah, dann verwarten wir die mal. Oh, das ist ja schön. So. Der ist fertig. Sehr schön. So, das war 88%. Ja, das wird erst kurz vor Sonnenuntergang fertig. Naja, gut. So, da haben wir das noch gehabt. Ja, die sind schon auf 48% runter. Das kann nicht sein. Das geht zu schnell. Okay. Okay, was sagt denn das Wasser hier in der Schwärze? Das ist dann, glaube ich, auch schon fertig. Dann sollte man wirklich demnächst mal mit Feuer machen anfangen. Ja, dann kümmern wir uns mal darum. Aber das ist ja wunderschön. Abgefahren. Boah, Hammer. Okay, Moment. Reparieren. Sekunde. Ja. Okay. Und rein. War ich das von der Temperatur? Ja, gerade so. Krass. Ja, unsere Prozente. Das sieht nicht gut aus. Ach, wir müssen mal drinnen geschlafen. Das mal ein bisschen aufbessern. Ja, vielleicht sollte man auch essen. Okay. Dann essen wir den Rest hiervon. Okay. Ja, man sieht noch ein bisschen Aurora. Okay, weiter geht's. Wie bitte? Ja. 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 frostbeule gut das mal auch das ist ein schöner sonniger tag das wäre ja sogar ideal um wasser zu kochen wenn man den windschatten findet wo ist er denn hier ist er okay ist klar dann nehmen wir uns das erst mal wieder auf die vielen fußspuren hier ja dann probiert das mal 75 prozent sehr schön gut dann drauf so dann gucken wir auf die temperatur wir sind übrigens taub ich höre nix sehr schön ja perfekt hey ja ja das glaube ich dir so dann haben wir das noch drauf und machen hier mal was gleich fünf liter kam der wind nimmt zu ne er hat aufgehört es ist nichts neblig gut unter den umständen kochen halt das ist übrigens ganz neblig ja zähl und so weiter es ist wieder so ganz so super super ne wasser wollte man so okay trinkt mal was ja gut ich meine dann koch wir halt heute wasser das ist ja egal ja okay erst mal nur drei liter okay sekunde wir hauen noch ein zedern drauf so ist ja egal dann verkochen wir den ganzen tag das reicht wieder nicht ist so verkalkuliert okay sekunde dann machen wir das mal nur anderthalben liter erst mal okay dann noch einen ja das wird wieder zu knapp wahrscheinlich ja wahrscheinlich na gut gut dann haben wir jetzt heute den ganzen tag halt wasser gekocht ach so wir sollten das holz vielleicht dort lassen ja das wäre eine idee als hunde höher vom jahr aus kommen lassen gerade da nehmen wir uns mal wieder vier stück super schönes langes feuer und nur eine lupe verwendet reparieren so wir gucken mal rein bezüglich hirschfell ja es wird jetzt tatsächlich fertig jetzt wo es dunkel wird das heißt das können wir erst morgen dann machen na gut da müssen wir heute nacht noch mal draußen schlafen ich will da kein nicht wieder so eine pingpong geschichte haben ja okay gut ich gibt es ja auch zu wir haben 21 liter wasser das ist super ist der hammer geil ja komm rin kommen sie rin ich hätte noch tee kochen können ja das wäre noch eine idee gewesen ist jetzt aber nicht so dramatisch notwendig und damit wird ja auch nicht besser sehr schön zehn grad okay dann würde ich sagen in der nächsten folge werden wir dann halt uns die schuhe basteln schaffen jetzt leider in dieser nicht mehr ich hatte es gehofft aber dann hat das wasser kochen dann doch so lange gedauert und dann habe ich jetzt lieber erst mal einen schwung wasser und bin da ausgestattet wir haben jetzt genügend essen wir haben gute menge holz wir haben genügend essen ja habe ich das schon gesagt wasser auf holz und essen genau das sind erst mal die drei bedürfnisse dann kann man jetzt basteln dann kann man jetzt die schuhe fertig basteln das wäre mir ganz wichtig dann reißen wir die anderen auseinander und versuchen die handschuhe zu reparieren drückt uns da die daumen ich danke euch fürs zuschauen wünsche euch einen guten tag und wir sehen uns in der nächsten macht's gut ciao bis zum nächsten Mal